Wir beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Erz-TV Kompakt mit den Nachrichten fürs Erzgebirge. Gebäude soll verschwinden, Abrisspläne in Geier. Gebäude soll entstehen, Baustart in Schwarzenberg. Und Gebäude soll anziehen, Veranstaltungen im Erzhammer. Glück auf bei Erz-TV Kompakt. Gut, dass Sie auch heute dabei sind. Seit Mittwochmorgen müssen diejenigen, die aus dem Erzgebirge in die Region des nördlichen Erzgebirgskreises oder Hohenstein-Ernsttal pendeln, auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Hier ist die Bundesstraße 180 in Niederwirschnitz gesperrt. Und das eine ganze Weile. Bis September sollen hier Kanal- und Straßenbauarbeiten stattfinden. Wer hier durch muss, muss den Weg über Neu-Ölsnitz nehmen. Eine andere, kürzere Umleitung gibt es nicht. Gleichzeitig haben auch die Bauarbeiten auf der Grenzstraße zwischen Lugau und Niederwirschnitz begonnen. Die ist dadurch auch gesperrt. In Lugau selbst ist die untere Hauptstraße gesperrt. Den Weg nach Gersdorf findet man zwar, aber dazu muss man sich in der Gegend auskennen. Besser ist es, wieder die B180 nach der Umleitung zu nutzen. Und auch die Straße zwischen Erlbach-Kirchberg und Seifersdorf an der Milchviehanlage ist weiterhin gesperrt. Hier wird mehr Straßenbelag aufgezogen. Allerdings dauern hier die Arbeiten länger als geplant und die Straße ist noch mindestens eine Woche dicht. Also, mit dem Frühjahr sind auch die vielen Baustellen zurück. Stellen Sie sich bitte darauf ein. Wir informieren Sie hier im Programm weiterhin regelmäßig darüber. Eine Baustelle ganz anderer Art wird es in der Bingestadt Geier geben. Denn hier kann nun dank Fördermittel etwas zurückgebaut werden, wobei Rückbau nur ein freundlicherer Ausdruck für Abriss ist. Landrat Frank Vogel hat am Dienstagnachmittag die Stadt Geier besucht. Dort übergab er Bürgermeister Harald Wendler einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 250.000 Euro. Die Fördermittel werden für den Rückbau des ehemaligen Bayerischen Hofes am Altmark III in der Bingestadt verwendet. Erbaut wurde das Gebäude im Jahre 1865 als Gasthof. Dieser trug zunächst den Namen Schwarzes Ross. Um 1900 wurde das Gebäude dann zu einem Hotel umgebaut und bekam den Namen Bayerischer Hof. Neben einer Einkehrstätte fanden die Gäste auch ein Konzert- und Ballsaal vor. Außerdem gab es Unterstellmöglichkeiten für 32 Pferde. Im Laufe der Zeit wechselte das Gebäude immer wieder den Besitzer. Mit der Zeit verkam das Gebäude. Heute ist es in einem bedauerlichen Zustand. Am 21. September 2017 kaufte die Stadt Geier das Clubhaus im Zuge einer Zwangsversteigerung. Erste Schritte waren die Verkehrssicherung und Absperrung am Clubhaus mit Bauzaunfeldern. Seit 2017 laufen auch die Verhandlungen über den Rückbau des Gebäudes. Mit der Übergabe des Fördermittelbescheides durch Landrat Frank Vogel an Bürgermeister Harald Wendler können nun weitere Schritte in Richtung Abriss eingeleitet werden. Sollte alles laufen wie geplant, kann der Rückbau bereits im kommenden Monat Mai beginnen. Die frei werdende Fläche von rund 1.350 Quadratmetern soll nach einer grundhaften Umgestaltung zu einem öffentlichen Platz werden. Mit Fördermitteln beginnt auch unser Nachrichtenüberblick am Mittwoch. Die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH hat einen Förderbescheid vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr erhalten. Das Unternehmen kann mit rund 900.000 Euro Fördermitteln vom Freistaat Sachsen für die Beschaffung von 10 Standardlinien-Omnibussen planen. Das entspricht 75 Prozent der förderfähigen Ausgaben für dieses Projekt. Die neu zu beschaffenden Fahrzeuge sind barrierefrei und entsprechen der Abgasnorm Euro 6. Für die 10 neuen Fahrzeuge sondert das Unternehmen 10 Altfahrzeuge aus dem Flottenbestand aus. Die neuen Fahrzeuge werden noch in 2018 geliefert. Gegenüber dem Gasthof Katharina im Raschau-Markersbacher Ortsteil Langenberg steht seit einigen Tagen eine Sperrscheibe. Die verhindert die direkte Route Richtung Schwarzbach-Elterlein. Wegen Bauarbeiten ist die S269 zwischen Katharina und der Hausnummer 39 vollgesperrt. Die Arbeiten sollen bis Ende September dauern und werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt liegt zwischen der Kreuzung am Gasthof und Abzweigmühlstraße. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Änderungen im Linienverkehr sind den Aushängen an den Haltestellen zu entnehmen. Am frühen Mittwochmorgen hat sich zwischen Grünhain und Waschleiter ein tragischer Unfall ereignet. Einen Bayern zugelassener Seat kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 27-jährigen Fahrers feststellen. Er war noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Die Feuerwehr aus Grünheim-Bayerfeld sicherte die Unfallstelle. Die Verbindungsstraße war in den Morgenstunden vollgesperrt. Am Ostermontag ist in Stolberg eine 14-Jährige von einem Unbekannten zunächst angesprochen und in der Folge unsittlich berührt worden. Das Mädchen lief gegen 16.45 Uhr die Chemnitzer Straße entlang, als ihr in Höhe von Lidl, der Mann, entgegenkam. Er sprach sie an, machte ihr Komplimente und fragte nach ihrer Telefonnummer. Die Jugendliche gab keine Antwort und wollte an ihm vorbeigehen. Dabei berührte der Mann sie unsittlich am Oberkörper. Letztlich konnte die 14-Jährige ihren Weg fortsetzen. Sie blieb unverletzt. Der Unbekannte wurde als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat sehr kurze, schwarze Haare und einen braunen Tarn. Zur Tatzeit trug er ein grünes T-Shirt. Er sprach gebrochen Deutsch. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Angaben zu dem beschriebenen Täter machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stolberg unter der Rufnummer 037296 900 zu melden. In Schwarzenberg hat sich am Totenstein vermutlich wieder ein Suizid ereignet. Am Dienstag nach Ostern ist eine 51-jährige Frau aus Raschau vom Felsen gesprungen, der schon mehrere ähnliche Todesfälle kennt. Die Bürgerinitiative Gegenwind hat ihre Stellungnahme zum angedachten Windpark an der S258 zwischen Brünnlos und Zwönitz jetzt auch dem Planungsverband Region Chemnitz vorgestellt. Mitglieder der Bürgerinitiative waren dazu nach Zwickau gefahren. Dort konnten die Argumente vorgebracht und eine Unterschriftensammlung übergeben werden. Die Einwände der Bürgerinitiative Gegenwind Niederzwönitz-Dorf-Chemnitz sollen Bestandteil der weiteren Abwägung im Planungsverfahren sein. Stellungnahme und Petition wurden zuvor bereits in Dresden dem Sächsischen Landtag übergeben. Im Jahr 2017 hat sich die EKH Erzgebirgische Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft MbH an einer von Focus und Focus Money initiierten Studie zur Ausbildungsqualität in Deutschland beteiligt. Mehr als 20.000 Unternehmen wurden unter der Leitung von Universitätsprofessor Dr. Werner Sarges analysiert und bewertet. Die EKH Erzgebirgische Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft gehört laut dieser Studie zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland und hat die Auszeichnung Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe erhalten. Der Focus hat hierzu am 31. März 2018 ausführlich berichtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende sind stolz auf das Gemeinsam Erreichte. In Antonshöhe, Zwönitz, Schwarzenberg und Johann Georgenstadt ist die EKH seit fast drei Jahrzehnten im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens tätig. Bisher wurden schon über 100 junge Erzgebirge im Unternehmen ausgebildet. Derzeit lernen hier 17 junge Frauen und Männer einen Fachberuf. Für den erzgebirgischen Ausbildungsmarkt wurde jetzt Halbjahresbilanz gezogen. Im Zeitraum von Anfang Oktober 2017 bis Ende März 2018 haben sich aktuell 1.462 Jugendliche bei der Agentur für Arbeit einer Bergbuchholz als Bewerber um einen Ausbildungsplatz gemeldet. 75 oder 5,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig meldeten die Arbeitgeber der Region 1.464 Ausbildungsstellen, 102 oder 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr. In vielen Fällen fanden junge Leute und Unternehmen bereits zueinander, sodass zurzeit noch 1.029 Stellen unbesetzt und 999 Mädchen und Jungen ohne Ausbildungsvertrag sind. Statistisch betrachtet kommt damit im Agenturbezirk eine betriebliche Lehrstelle auf einen Bewerber. Die neue Ausgabe von Evangelisch in Sachsen besucht sächsische Kirchgemeinden an der Grenze zu Böhmen. Wie läuft es zwischen Tschechen und Sachsen? Welche Menschen setzen sich für eine gute Nachbarschaft ein? Neben einem ökumenischen und länderübergreifenden Gesprächskreis in Klingenthal lernen Zuschauer den Posaunenchor im Chorort Jonsdorf kennen. Er half 1 der Partnergemeinde im tschechischen Rumburg und brachte damit den Stein für die Gründung des Posaunenprojektes Konsonare ins Rollen. Im Interview spricht Mira Körlin mit Pfarrerin Konstanze Simonowska aus Neusalzer Spremberg-Friedersdorf, die in ihrer Gemeinde viele Ankünftungspunkte zum Nachbarland Tschechien hat, nicht nur ihren Ehemann, der Pfarrer in Rumburg ist. Das TV-Magazin Evangelisch in Sachsen wird über verschiedene sächsische Lokral-Fernsehsender ausgestrahlt. Ab kommenden Sonnabend auch eine Woche lang im Programm von ERZ-TV. Täglich 8.30 Uhr und 14.30 Uhr. Im Rahmen des Schwarzenberger Ostermarktes wurden neue Postkarten-Motive präsentiert. Diese sollen Interesse wecken und mit Witz die Verbundenheit zu Schwarzenberg stärken. Insgesamt gibt es nun acht Motive, vier mit kurzem und vier mit langem Spruch. So sollen verschiedene Altersgruppen angesprochen und auf die Besonderheiten der Stadt aufmerksam werden. Die Karten liegen an verschiedenen Stellen und öffentlichen Einrichtungen im Stadtgebiet aus und sind kostenlos. Ein Ostermarkt lädt traditionell am Ostersonntag und am Ostermontag in die Schwarzenberger Altstadt ein. In diesem Jahr zog er am zweiten Tag deutlich mehr Besucher an als am ersten. Der Grund dafür ist sicher im Wetter zu suchen, dass am Montag einfach besser war. Außerdem war am Sonntagnachmittag der FC Erzgebirge Aue am Ball und das erfolgreich. Rund 50 Händler standen den Ostermarktbesuchern in Schwarzenberg gegenüber. Außerdem gab es ein unterhaltsames Bühnen- und Rahmenprogramm. Am Ball bleiben will man auch in Schwarzenberg. Und so suchte man über viele Jahre jemanden, der eine freigewordene Fläche kaufen und sinnvoll nutzen möchte. Gefunden wurde ein Investor aber erst jetzt. Entstehen sollen Wohnungen, die Weitblick haben. Gemeint ist die Intention für diese Wohnungen, denn ein Markt boomt wohl auch in Zukunft. Der Markt für Wohnungen, in denen man sorgenfrei alt werden kann. Über sieben Jahre wurde für diese Fläche im Wohngebiet Schwarzenbergs Sonnenleiter ein Investor gesucht. Jetzt ist er gefunden. Die Volkssolidarität Westerzgebirge lässt auf dem Areal an der Sachsenfelder Straße 77 eine moderne barrierefreie Wohnanlage entstehen. Am Freitag erfolgt der erste Spatenstich. Einst stand an dieser Stelle ein großes Wohn- und Geschäftshaus. Im Herbst 2010 war es abgerissen worden. Seitdem ruhte der Platz. Das Boot Simone sine Untertitelung des Wisteres Einst Hung着ies Wie die Stadtverwaltung Schwarzenberg mitteilte, bleibt der angrenzende Spielplatz am Hang trotz der Baumaßnahmen der Volkssolidarität weiterhin nutzbar. Die Baustelle ist mit Bauzaun umzäunt und gesichert. Nur die Rutsche, die der Baustelle am nächsten ist, wurde aus sicherheitsrelevanten Gründen gesperrt. Mit Fertigstellung der Baumaßnahme soll der Spielplatz wieder komplett zur Verfügung stehen. Mit Lkw und Baumaschinenverkehr im Bereich der Sachsenfelder Straße, Lärchenstraße und der Straße am Hang ist zu rechnen. Es wird um besondere Vorsicht gebeten. Eltern sollten ihre Kinder darauf hinweisen, dass das Betreten der Baustelle verboten ist. Und nun noch zur Frage, was gibt der Veranstaltungskalender her? Heimatforscher und Geschichtsfreunde streichen sich den jährlich stattfindenden Tag der Heimatgeschichte in Annerberg-Buchholz dick im Kalender an. Seit über zwei Jahrzehnten ist die Veranstaltung im Erzhammer eine echte Fundgrube für Sammler und Forscher. In wenigen Tagen, am 8. April, stehen von 13 bis 16 Uhr erneut regionale Historie und Literatur bei der Heimatgeschichtlichen Börse im Mittelpunkt. Die 24. Ausgabe der Traditionsveranstaltung greift darüber hinaus ein interessantes Thema auf. Der Erzhammer, der auch Wismut Kulturhaus war, richtet einen ersten Blick auf sein 70-jähriges Jubiläum. Im Herbst 2018 soll es dazu mehrere Veranstaltungen geben. Bereits jetzt sind am Tag der Heimatgeschichte in einer kleinen Ausstellung Plakate des Annerberger Künstlers Rudolf Manowald zu sehen, mit denen das Kulturzentrum besonderer Veranstaltungen bewarb. Ein Blick in das vielfältige kreative Schaffen des Hauses geben Kurzfilme des ehemaligen Zirkels der Amateurfilme, unter anderem ein historischer Beitrag über das Kulturhaus Erzhammer oder über die Restaurierung der Annenkirche. Parallel dazu können die Freunde historischer, regionaler und bergbaulicher Literatur die heimatgeschichtliche Börse mit einem breiten Spektrum an Büchern, Broschüren und Heften historischer Dokumente und Ansichtskarten besuchen. Die Vortragsreihe des Fördervereins August-Horch-Museum Zwickau e.V. widmet sich am 5. April ab 17 Uhr der Problematik des Leichtbaus und des Einsatzes moderner Werkstoffe im Fahrzeugbau, insbesondere deren Bedeutung für den Sonderfahrzeugbau. Wie definieren wir eigentlich moderner Werkstoff, wenn es wie hier um den Einsatz und die Verwendung von Basalt geht? Der Chef der Alpha Sigma GmbH, Diplom-Ingenieur Michael Jakob, wird darauf Antworten geben. Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird ein Entgelt von 3 Euro erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Schwarzenberger Museum Perla-Kastrum einschlossvoller Geschichte geht die Sonderausstellung Siegfried Männle Ein Leben zwischen Goldschmiedekunst und Experiment zu Ende. Nur noch bis zum 6. April können Männles Schmuckstücke mit ihrer ganz eigenen Farb- und Formsprache besichtigt werden. Das Interesse des zeitlebensexperimentierfreudigen Goldschmiedemeisters galt nicht allein dem traditionellen Goldschmuck, sondern auch dem Zusammenspiel unterschiedlicher Stoffer. Soweit unsere Nachrichten für Sie am Mittwoch. Zum Nachlesen haben wir alles für Sie aufbereitet auf rztv.de und in Teilen auch bei Facebook. Da würden wir uns auch über einen Besuch freuen. Ansonsten sind wir auch morgen wieder für Sie da. Wenn Sie wollen, bis dahin haben Sie einen schönen Abend. Glück auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017